Dieser Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Start-Top-Automatik und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,8 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Ortohaus Ködler. St campen Sie nach. Steckt in der nächsten Option. Halten Sie uns. So ist dasfilm, Ställe municipius. Old Túu ÇaН. �